So, willkommen zurück und, äh, es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Was musst du sagen für dich selbst? Nicht. Ich warte. Der Mann war ein verdammter Herr. Er verdammt zu sterben. Das war nicht für dich zu entscheiden. Nicht nur verabschiedst du meine Regeln, du bist insolent und verdammt. Du mich verabschiedst, Forrester. Ich werde dir nicht meinen zweiten Sohn geben. Was? Aber Frau Grace, die Mission war ein Erfolg. Was habe ich dir gesagt? Sie wird uns nie helfen. Frau Grace, wir haben unsere Leben für dich. Und du sie wieder mit deinem Spruch. Ein neues Tag ist in Marien. Die Schläge haben sie weggebracht. Es muss ein paar Kugeln sein, die für dich kämpften. Jetzt raus. Ich bin sehr entspannt, Frau Grace. Du hast nichts zu entschuldigen, Malcolm. Ich habe andere Pläne für dich. Pläne für mich, Frau Grace. Äh. 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 Was? Was? Was hat die vor? Was hat die mit Malcolm vor? Was? Was hat die ausgemacht? Ja, aber wenn sie ihr Wort nicht hätten. Was? 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 Sie ist richtig. Marine hält viele Mörder. Und ich weiß das Schlimmste. Also was wir warten? Los geht's und sie holen. Ich weiß nicht, Asher. Sie sind nicht wie uns. Für sie zu töten ist ein Sport. Es ist lustig. Wie soll ich jetzt Mörder mit rüber nehmen? Wie soll ich jetzt Mörder mit rüber nehmen? Um die White Hits zu töten? Ist ja auf jeden Fall mal interessant, ja. Äh. Aber da habe ich eher Angst, dass die dann, bzw. erst mal die zu reden, macht mir schon Sorgen. Aber naja, wir sind erst mal mit Garrett unterwegs. Mal schauen, wie es hier jetzt weitergeht. Ja, ihr könnt auch ruhig mal was sagen. Ja, nicht worry about it. Someone has to keep watch. Na, das wohl jetzt die Schauspieler. Das wird am Mittelpunkt stehen. Es wird immer schlimmer, nicht wahr? Warum soll das jetzt auch nicht schlimmer werden? Wir sind nur ein paar Tage aus dem Antler-River. Wir haben einen Bruch, den ersten Mann gebaut. Und von da können wir versuchen, die Nordgrove zu finden. Ah, richtig, Sylvie? Wir gehen nicht Nord. Wir gehen Süd, um die Mance und den Rest der Freien. Aber schau, das war immer der Plan, Cotter. Ich muss nach Nordgrove gehen. Meine Familie ist auf das. Ha! Deine Familie braucht dich, um in der Schnee zu wandern, bis du durch einen Dyer-Wolf getestet hast. Bitte, Sylvie. Er weiß, was er macht. Richtig. Danke, Cotter. Fischface. Haha. Sylvie. Don't Sylvie me. I want to hear it from him. It happened when we escaped Castle Black. There were men chasing us and... That wounds fresh as can be. Are all crows liars or just him? Point is, you don't belong out here. Sylvie, I've known Gadded a while now. He may not be one of us, but I trust him. I've been waiting months for you, Cotter. And when you finally come home, it's with some crow. You can barely build a fire. No. We don't need to die for him. Finn. Ich mag sie nicht. Me neither. Fuckin' Northgrove is never real. And if it is, it's probably full of wolves and more wildlings. Ja, dann soll er zurückgehen. You want to go back, Finn? Go ahead. No one's stopping you. You know, I can't do that. Finn, will you... Just piss off. Some leader you turned out to be. Yeah, also man, äh... Ja, ich hab ihn ja nicht gezwungen mitzukommen, ne? You should listen to him. The further north you go, the more likely you'll never come back. It's just not worth it. Once Cotters fit to travel, we head south. With or without you, Garrod. Sylvie. You need to rest. And we want something to eat. I won't go far. Da weiß man, wer die Hosen anhalt bei den beiden. Definitiv Sylvie. You agree, Garrod? This isn't what it looks like. Was versteckt's denn noch? Okay, warum hat uns das hierher gebracht? Wenn sie... Why would you even bring me here, Cotter? You said you'd take me to the Northgrove. Sylvie knows these woods better than I do. If anyone can find the Northgrove, it's her. Finden? Ich denke, er weiß, wo's is. I couldn't just leave her. I won't do that. Not again. But she's refusing to help. You heard her. Her mind's made up. She can be stubborn when she wants. But if she's going south... And so am I. So that's it. I can't go north without a guide. I go where she goes. I'm sorry, Garrod. Oh Gott, jetzt müssen wir sie irgendwie überreden. Oh, da hab ich natürlich jetzt echt große Lust drauf. Ah, genau. Er sieht gar nicht so aus wie sie. You and your sister, you uh... You don't look much alike. The white hair and... I know what you're getting at. So you may as well just say it. I just wondered. She was born like that. My mother used to call a little moon. The rest of our village thought she was a bad omen. The better of them stayed away from her. Was? Let's just say I'm glad to be rid of them. Okay, haben sie sie verbannt? Warum hat er gelogen? Warum sind die Leute so äh Angst erfüllt vor Sylvia? Wie auch, wie man das aber auch mehr gelogen hat? You came here to find your sister. I wanted to... I didn't think you'd understand. I'm sorry. I'm sorry. Was ist... ...mit dem... ...mit seinem Dorf passiert? Was ist mit dem... ...mit seinem Dorf passiert? Sondern? Und wenn Sylvie reached 2 Jahre, ... sie sagten meine Mutter, ... wir waren nicht mehr willkommen. Sie war nicht willkommen. Ich glaube, sie haben alle gehofft, ... sie würde nicht lange genug überleben, ... um einen Namen zu bekommen. Aber sie ist groß, Sylvie. Keine Weise, sie würde es nicht mehr machen. Warum sind sie jetzt die Leute so... ... und deine Mutter? Die gleiche Grunde, ... dass du Southernern uns Wildlings nennen würdest. Die gleiche Grunde, ... dass du diese Wälder auf dem Weg hast, ... um uns raus zu halten. Die Leute sind unsere Seine. Wo ist deine Mutter jetzt? Wo ist deine Mutter jetzt? Ich bin noch zurück in der Stadt, ... für alles, was ich weiß. Ich habe versucht, ... meine Mutter wegzunehmen. Ich habe sie in Furs und alles, ... wie eine gute Mutter würde. Ich habe sie in der Nacht, ... wenn ich sie hörte. Wie fühlst du dein Arm? Decent, ich würde sagen. Warum hast du gefragt? Oh, du meinst diesen einen? Oh, was ein Typ. Oh Mann. Also, du wirst mich wirklich nicht nach vorne nehmen. Ich will dir helfen, Garret Amini. Aber ich kann sie nicht hinterlassen. Und drüber, ... nach vorne hier. Ich werde mich so verloren wie du. Also, müssen wir sie einfach... ... irgendwie umstimmen. Ich denke mal, es wird ein Jenschen heute Nuss werden. Sie umzustimmen. Wo ist eigentlich jetzt hier? Ach, da ist. Da habe ich gerade gar nicht gesehen. Da ist Finn. Und wo ist sie? Sylvie, bist du hier drinnen? Nope. Das sind Mormons, oder? Ich wundere, ob ihre Mutter das gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das von den Mormons wirklich war, oder... Oh, das ist das, was Kotter trinkt hat. Dann lass ich da die Finger aufhören. Zeichnungen. Spinne, Fisch, Mond, Bär. Was haben wir hier noch? Nichts weiter. Nö. Okay, gucken wir mal, was Finn sozusagen hat. Was machst du hier drinnen? Es ist ein perfekt guter Feuer. Ich gehe nicht nach diesen verdammten Wildlings. Oh, komm mal. Gib ihnen eine Chance. Ich habe es gemacht. Und schau, wo er uns hat. Wir haben nebenher nichts zu essen. Kotter ist ein verdammter Lager. Und jetzt haben wir seine Freak-Sister, um zu beschäftigen. Und jetzt haben wir seine Freak-Sister, um zu beschäftigen. Wenn die Dinge besser werden können. Wie? Weißer Wanderer. Ja, Finn. Ja, Finn ist auch sehr... Wo? Kannickel? Gleich ein totes Kannickel. Lass mich raten, wir müssen jetzt beweisen, dass wir es drauf haben, indem wir den Hasen mit unserem Bogen erlegen. Toll! Wir sind tough, also Krähen sind tough. Aber wir sind keine Krähe mehr, genau. Es ist immer eine Krähe. Und das ist, was sie sagen. Lass mich raten, also ich würde jetzt einfach mal sagen, mit unserem Bogen. Scheiße. Es ist mein Turnier. Oh, wirklich? Ich weiß nicht, wie man das Ding benutzt hat. Oh, Mädchen. Du wirst mich nicht in den Lagen schießen, oder? Ich werde das alles machen. Alles klar? Ich bin sicher, dass wir den Hasen erlegen können. So, jetzt kommt's. Gucken, ob wir den Hasen erlegen können. Neu! Ah! Ist das, was MAKING DO bedeutet? Ah, Gottverdammt! Gottverdammt! Zack! So! Ich wusste gerade nicht, mit dem Bogen spannen. Das ist nicht viel, aber er wird uns dauern. Ich wusste gerade nicht mehr, dass er erspannen muss. Sieht der irgendwas? Ja! 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 Ich bin der Wasser und ich. Wir verloren auch. Wir verloren auch. Und wir verloren uns. Wir verloren uns. Ich glaube, dass er wieder zurückführt wird. Ich dachte, dass er das wieder zurückfällt. Und ich rischere ihn nicht wieder. Nicht auch für die Grosse Norden. Du kennst etwas über das, nicht wahr? Nur was ich gehört habe. Aber nicht auf deinem Hoffnung. Es ist nicht wert. Aber warum? Okay. Naja, muss doch nichts Schlimmes sein, oder? Genau. Sag jetzt nicht Finn, ist ausgetickt. Du hast den Bogen vergessen. Bogen. Du hast den Bogen vergessen. Oh... Oh! Uncool. Verdammt uncool. Das sieht so aus wie das Ort. Das ist definitiv das Ort. Also, wie haben wir genau mit uns? Pitfighter. Drei gehen, ein kommt raus. Day nach Day. Keine Regeln, aber zu töten. Anyone who can survive that is capable of anything. They are crazed Savages. But one Pitfighter is worth any 10 Zellswords. If you can convince them to fight for you. And that's not going to be easy. Yeah, genau. I've been fighting alongside Zellswords for years, Besker. I know how to talk to killers. Understand these aren't soldiers. They're animals. Oh, I have a little bit of fear. Oh. Oh, the heads. Uh. Let it taste. That's crazy. It must make you feel pretty good. Seeing the masters overthrown. They're not gone. They're just on their knees. And when they get back to their feet, they'll be more dangerous than ever. Yeah. I'm not going to spoil them for the fifth episode. That's why I'm just going to comment on the comment. Yeah. He says nothing to the blood. He lives there there? Wow. What the fuck? Trust me. You don't want to get involved with that. Yeah. Den, den brauchen wir. Den, den, den brauchen wir. Die brauchen wir nicht mehr. Denn die sehen nicht mehr ganz so gesund aus. Oh mein Gott. Wer bist du? Oh, da ist auch ein Kopfloser. Nett. Gott. Was? The servants and guards of his house. They killed them all. Why? Some of these must have been slaves too. Because they felt like it. That's a good enough reason for this lot. Boah. Das ist echt abscheulich. Und mit dieser Abscheulichkeit beende ich diesen Part. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, wie immer Daumen nach oben. Und schreibt auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut.